Der Stand in der Begegnung zwischen Grün-Wettersbach und Saarbrückens. 3-2 Führung für den Saarbrücker. 14 in der Spieler-Liste. Das war ganz zu 9. Wohin? Den hat er. Aber viele vermeiden Schlag. Ja, da ist das Ding. Ja, auch hier beim Rückschlag eigentlich. 0-0, zweiter Satz. Tobi schlägt auf. Tobi liest es sehr gut, was Darko macht und den Satz einfach laufen lässt. Gut, vielleicht hat er so viel Vertrauen in seinen Starspieler, dass er auch 0-2. Die Läufer. Er holt sich den Punkt zum 11. Der gleich. Ja, das ist ein Paradeschlag. 3 Punkte für Darko in Folge. Und aus Sicht von Tobi ist er viel, viel besser. Oh, der hat... Ja. Hätte ich... In Führung zu gehen. Klug gespielt von Darko. Sehr klug gespielt von Darko. Ja, natürlich. Ähm... Es ist nicht ungewöhnlich, dass der vermeiden... Ja, das war schade. Das war ein Big... Ich muss jetzt mal mit zwei guten Service ein bisschen absurden. Dann habe ich das Gefühl, um gleich mit der Vorhand stark zu attackieren. Super Block von Darko Jokic. Äh... Dann Rückhand return. Und dann Vorhand topspin. Ja. Das war so gemacht. Ob er nochmal in die Rückhand retourniert, dort in die Vorhand. Auf Mitte. Okay. Das war gut. Ja. Ja, diesmal hat es geklappt. Die Taktik von Darko ging auch an Seite. Darko Jokic. Jetzt sehr fokussiert. Und fängt sich. Und jetzt ist er wirklich voll da. Und ähm... Ich denke auch... Tobi spielt am... Und gleich den ersten verwandelt. Darko Jokic zum... 11 zu 3 und 3 zu 2.